Die Methoden der Konzentration auf den Sternzahlen gebrauchen die Information des ganzen unendlichen Raumes. Die Methoden der Konzentration realisieren vollständig die Technologie der Auferstehung. Da ein unendlicher Raum eine unendliche Menge an Informationen bedeutet. Und offensichtlich in einem unendlichen Zeitraum organisiert sich die unendliche Information so, dass alle Auferstehen. Und das, was wir jetzt aussprechen, das nehmen wir sofort wahr und visualisieren es. Der ganze unendliche Raum, das die Sterne beinhaltet, ermöglicht es vollständig das ewige unendliche Leben wahrzunehmen. Weil das ganze ewige unendliche Leben nicht nur aus dem Nichtsterben der Lebenden besteht, sondern auch aus der Auferstehung der schon gegangenen. Da der unendliche Raum, das ist ein Fakt der Realität, dieser Fakt der Realität nach dem Gesetz der Ähnlichkeit in den allgemeinen Verbindungen gewährleistet das Ereignis der Verbreitung der Unendlichkeit, also der Ewigkeit, auf den Menschen. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Sternzahlen rein und den Gedanken beleuchten sie mit silber-weißem Licht. Und wir verstehen, woraus die unendlichen Sternzahlen rein, die Unendlichkeit der Sternzahlen rein besteht. Und zwar aus der Wahrnehmung des unendlichen Raumes, das sich hinter den Sternen befindet. Und deshalb gibt diese Konzentration auf den Sternzahlen rein, die Methodik der Steuerung hinter den Grenzen der Zeit, also in der Zukunft. Und auf diese Weise gewährleisten wir die Zukunft für das ewige Leben.